Herzlich Willkommen zu iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode. Heute einmal zum Thema USB-C, der neue Anschluss auf den neuen iPad Pros. Und zwar wurden ja die neuen iPad Pros vorgestellt und hier wurde der Anschluss geändert. Und einer fiel weg, nämlich der Audio Klinken Anschluss. Leider muss ich wirklich sagen, ich finde das sehr bedauerlich. Und umso wichtiger ist es, dass man sich mal damit beschäftigt, wie kann ich denn jetzt mit den bestehenden Adaptern arbeiten, wie kann ich denn mit den neuen Adaptern arbeiten, denn es gibt jetzt USB-C. USB-C hat den großen Vorteil für Sie, dass es ein Standardanschluss ist. Das heißt, in der Theorie ist es so, dass eigentlich jeder Adapter, der mit USB-C ausgestattet ist, mit dem iPad funktionieren sollte. Ich sage das bewusst, weil ich habe natürlich für Sie schon mal viele getestet. Einige funktionieren, einige funktionieren nicht. Es bleibt also bei der Empfehlung, Sie sollten, wenn Sie wirklich darauf angewiesen sind, dass Sie professionell präsentieren können und immer eine Verbindung auch bei jedem Update von Apple bekommen, würde ich immer empfehlen, den Apple VGA und den Apple HDMI Adapter neu zu kaufen. Ich habe das bei den älteren Adaptern durchaus erlebt, dass wenn dann größere Updates kamen, dass es dann auf einmal so war, dass Drittadapter nicht mehr funktioniert haben, weil Apple hier ein Lizenzierungs-Zertifizierungsprogramm damals für das Thema Lightning hatte. Bei USB-C ist das vom Grundsatz her erstmal ein Standard, aber ich habe eben einige USB-C Adapter, die ich schon zu Hause hatte, probiert und bei einigen hat es eben alles reibungslos funktioniert. Bei anderen war es so und auch unterschiedliches Verhalten. Also ich hatte zum Beispiel einen USB-C Adapter, da funktionierte HDMI reibungslos, aber VGA funktionierte nicht. Dann hatte ich einen anderen, da funktionierte VGA reibungslos, aber HDMI flackerte. Also gerade, weil es ja was Interessantes gibt, eben Drittadapter, die alle Dinge entsprechend haben. Ich bin gerade noch dabei, weitere Adapter zu testen. Ich habe einen, der wirklich gut funktioniert, den ich mir für meinen Surface Go geholt habe. Der hat nur einen kleinen Nachteil, der hat keinen Stromanschluss dran. Ich habe mir gerade den bestellt, der auch einen zusätzlichen Stromanschluss noch mal hat und wenn ich den getestet habe, gebe ich Ihnen noch mal Bescheid. Aber grundsätzlich bleibt bei mir die Empfehlung, wenn Sie so wie ich beispielsweise ja draußen nur noch mit dem iPad arbeiten und darauf angewiesen sind, dass Sie wirklich immer überall präsentieren können, dann ist eine gute Empfehlung, sich die Apple Adapter mitzunehmen, weil die funktionieren vom Grundsatz her immer. Das Verhalten ist wie bisher. Das heißt, bei dem HDMI Adapter ist das so, dass Sie dort Bild und Ton mit ausgegeben bekommen, was etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Wenn Sie einen Fernseher dran haben, einen Monitor mit einem guten Lautsprecher, ist das klasse. Wenn Sie einen Beamer mit einem quäkigen Lautsprecher haben dran, dann ist das blöd. Wie kann man das lösen? Zum einen gibt es manche Beamer, die einen Audioausgang haben. Also ich habe mir gerade den Optoma 750 E bestellt. Das war eine Empfehlung der Steuerkanzlei Nickert, die mit dem draußen sehr viel arbeiten. Das ist ein sehr kompakter Beamer, ungefähr so groß wie, ich sage mal, so eine Doppel-CD-Schachtel, die man hat. Also richtig schön kompakt, schön klein. Der hat auch einen Audioausgang. Das heißt, hier kann ich entsprechend dann auch nochmal eine Box anschließen. Sie finden übrigens diesen Beamer auf meiner Zubehörseite, wie andere Sachen auch. Und ich werde in der nächsten Woche nochmal eine Episode machen zum Thema präsentieren und ratlos präsentieren. Und wenn Sie dort auf meine Seite gehen, www.jeckelteam.de, finden Sie einen Bereich, der heißt Service und dann Zubehörempfehlungen. Den habe ich gerade eben für Sie nochmal neu aktualisiert. Also über den HDMI, wie bisher, bekommen Sie den Ton mit raus. Wenn Sie eine Bluetooth-Box mit anschließen wollen, dann können Sie meistens, sie sagt es bewusst meistens, wenn Sie ins Kontrollzentrum gehen und sind im Musikbereich, gibt es oben dann so drei Striche, so ein bisschen wie das WLAN-Symbol. Wenn Sie da drauf tippen, können Sie dann oft für den Audioausgang einen Bluetooth-Lautsprecher wählen. Ich habe zum Beispiel die Bose Soundlink Mini 2, die ich sehr empfehlen kann. Das Problem ist, bei manchen Verbindungen ist es dann so, dass wenn Sie die Tonverbindung mit der Bluetooth-Box wählen, dass dann das Bildsignal auch weg ist. Also das heißt witzigerweise, ich habe es auch noch nicht herausgefunden, bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es entsprechend nicht. Also vor dem Hintergrund vorher unbedingt testen und was ich immer noch empfehle, ich habe immer noch mal einen HDMI auf VGA-Adapter. Das heißt, dann mache ich das eben so, dass ich sage, da stecke ich eben HDMI rein. Auf der anderen Seite eben dann ein VGA-Kabel raus. Das heißt, dann gehe ich per VGA an den Beamer irgendwo dran und habe dann eben das separate Audiosignal, was ich dann entweder über die Klinke rausziehen kann, was an diesem Adapter drin ist oder dann weiterhin über Bluetooth. Also ich habe das schon mehr als einmal gehabt, dass ich das gebraucht habe und sonst Stummfilm gehabt hätte. Also vor dem Hintergrund immer lieber mal einen Adapter mehr als weniger. Und Sie finden es wie gesagt auf meiner Seite jickelteam-Service-Zubehörempfehlung. Da finden Sie auch meinen Adapter von HDMI auf VGA. Sehr kompakter, kleiner Adapter und Sie wissen, ich fliege ja nur mit Handgepäck. Das heißt, ich habe hier eine sehr kleine, kompakte Schlamper-Mappe von Romold, wo ich die Dinge entsprechend drin habe. Ja, dann, was ist neu bei diesen Adaptern, ist jeweils ein USB-Anschluss mit dran. Früher war das ja ein separater Adapter. Heute ist USB mit dran, was ich ganz praktisch finde, denn wenn Sie mal einen reinen USB-Adapter brauchen. Also ich habe jetzt beispielsweise gerade mein Mikrofon, mein Apogee 96K für diesen Podcast an mein iPad angeschlossen. Und das Ganze, weil es ja ein USB-C-Anschluss ist, habe ich jetzt so, dass ich eben von USB auf entsprechend USB-C draufgehe. Das funktioniert wunderbar. Also das mitgelieferte Kabel, was eigentlich für den PC oder Mac gedacht war. Das funktioniert wunderbar mit meinem USB-Adapter. Jetzt habe ich mir zum Testen natürlich den reinen USB-Adapter von Apple gekauft. Ich habe es aber für Sie getestet. Sie können durchaus, wenn Sie den VGA und oder den HDMI-Adapter haben, hier auch den USB-Anschluss dazu nutzen, um USB-Zubehör anzuschließen. Das funktioniert reibungslos. Leider unterstützt der USB-Anschluss auch die gleichen Dinge nur wie bisher. Das heißt, für das Importieren von Kamerabildern wird das unterstützt. Es wird unterstützt für Mikrofone. Es wird unterstützt für dediziertes Zubehör. Das Erste, was ich natürlich für Sie getestet habe, ist ein USB-Stick dran zu hängen, beziehungsweise eine USB-Festplatte. Und hier ist das Verhalten wie bisher. Das heißt, Sie können nicht direkt auf diese Dateien darauf zugreifen, sondern Sie können das nur eben für Foto- oder Video-Report nutzen. Wenn Sie eine externe Festplatte anschließen wollen, dann empfehle ich Ihnen von Zendisk. Gibt es einen wunderbaren USB-Stick. Den habe ich mit 256 GB und den steuern Sie drahtlos vom iPad an. Der baut ein eigenes Ad-Hoc-WLAN an und auf dem PC oder Mac können Sie den per USB einstecken. Es gibt auch eine 4 TB-Festplatte beispielsweise von Western Digital, die Sie eben per USB anschließen können an einen Mac oder an einen PC und per Ad-Hoc-WLAN in Zugriff haben. Beide sind gut in die Dateien-App integriert und ehrlich gesagt ist das für mich sogar noch komfortabler, als das Ganze per Kabel reinzustecken, weil wenn Sie den Adapter nicht dabei haben, würden Sie da nicht drauf zugreifen können. Also somit gibt es die Möglichkeit durchaus auch. Wobei Sie wissen, ich bin ja immer eher ein Freund, dann den Zugriff auf Netzlaufwerke zu genehmigen oder über Cloud-Dienste und die gibt es ja durchaus auch in sicherer Form. Aber da haben wir das gleiche Verhalten wie bisher. Ja, was aber eben wie gesagt gut funktioniert, ist, dass es mit Mikrofonen, so wie ich es jetzt gerade auch aufnehme, funktionieren und Sie brauchen keinen reinen USB-Adapter, weil der ist entsprechend mit dabei. Ja, die Frage, was ich auch probiert habe, es gibt ja alte Adapter eben, die vorher Lightning auf HDMI, Lightning auf VGA waren und jetzt gibt es ja solche Adapter, wo Sie eben von USB-C auf Lightning und andersrum gehen können. Die habe ich mir natürlich auch alle geholt, finden Sie auch auf meiner Zubehör-Empfehlungsliste und die funktionieren wunderbar, wenn Sie Ihre Geräte aufladen wollen. Da funktionieren die Klasse. Sie funktionieren leider nicht, diese Adapter mit den VGA und mit den HDMI eben Adaptern und sie funktionieren leider auch nicht in der Umsetzung des USB-Adapters. Also ich habe versucht, dann mein Mikrofon darüber heranzuhängen. Das funktioniert leider nicht und auch mit dem Beamer oder mit dem Monitor, dass Sie sagen, ich habe nur so einen kleinen USB-C auf Lightning-Adapter und nutze die alten Adapter weiter. Gute Idee, passt Hardware-mäßig, wird aber so nicht unterstützt. Also ich sage immer, you can skip the testing part, wenn Sie meinen Podcast hören und wenn Sie auf die Zubehör-Seite gehen, weil ich da Ihnen immer die wesentlichen Dinge dann entsprechend aktualisiert drauf packe. Ja, bei den Standard-USB-C-Adaptern hatte ich schon gesagt, zum Teil funktionieren sie, zum Teil funktionieren sie nicht. Also hier ist es ganz wichtig, dass Sie die Dinge auch vorher testen. Also ich hatte jetzt drei, vier verschiedene Multi-Adapter getestet. Einer funktioniert wunderbar, hat allerdings keine Lademöglichkeit, deswegen habe ich ihn auch so noch nicht auf die Zubehör-Empfehlungsliste gepackt. Ein zweiter, der auf meiner Seite schon ist, der für den MacBook wunderbar funktioniert, den meine Frau nutzt, da wurde das Thema VGA nicht unterstützt. Einen weiteren, den ich vor kurzem gekauft habe, da war es so, dass eben HDMI flackerte. Der funktioniert aber witzigerweise wunderbar auf dem MacBook. Also deswegen fangen Sie mal mit den Standard-Apple-Adaptern an und Sie kriegen von mir hier nochmal regelmäßig Updates. Ja, dann gibt es nochmal so zwei Spezial-Adapter. Zum einen USB-C auf Netzwerk, also auf LAN-Kabel, funktioniert. Also habe ich getestet. Also die gibt es von verschiedenen Anbietern, die funktionieren wunderbar. Und jetzt sagen Sie, wozu braucht man das? Also die meisten haben ja irgendwo WLAN, die meisten idealerweise haben eine SIM-Karte, aber ich hatte das zum Beispiel schon mal einmal in einer Volks- und Reifeisenbank, dass wir ein Gerät gebrickt hatten, also dass es nicht mehr funktional war, weil wir beim Auschecken aus dem Mobile-Device-Management-System eher die Verbindung so verloren hatte und sagte, okay, ich möchte jetzt irgendwo nach Hause telefonieren, in Anführungsstrichen, zum MDM-Server und der sagte, nee, ich kann nicht darauf zugreifen, weil er eben nicht starten konnte und nicht die SIM-Karte entsperren konnte. So, das heißt, da ist er immer hängen geblieben. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dieses iPad einfach über den LAN-Adapter dran gehängt und zack, hat er eine Verbindung zum Internet und somit konnten wir dieses Gerät auch wieder retten. Also vielleicht für Sie, gerade diejenigen, die aus der IT zu hören, ich würde mir immer sowohl fürs alte iPad, da gab es das auch schon, von Drittherstellern eben ein Lightning auf LAN-Adapter holen und eben auch fürs Neue, weil wenn Sie mal wirklich die Situation haben, dass Sie aus welchem Grund auch immer nicht über WLAN draufkommen, nicht über die SIM-Karte draufkommen und das Gerät ist wirklich so, dass Sie gar nicht mehr irgendwie draufkommen, weil es gesperrt ist, dann ist das oft die letzte Rettung. Und wenn Sie in Hotels beispielsweise sind oder in Firmen, wo Sie eine LAN-Verbindung haben, das geht meistens schneller als die WLAN-Verbindung und ist auch abhörsicherer. Also vor dem Hintergrund habe ich immer einen LAN-Adapter auch mit dabei. Einen weiteren Adapter, den ich getestet habe, wo ich sehr enthusiastisch war und zwar USB-C auf Displayport. Weshalb? Weil ich habe ein Apple Cinema Display, 24 Zoll mit einem Displayport. So und jetzt dachte ich mir, juhu, jetzt kann ich dieses iPad da dran schließen. Die schlechte Nachricht, es geht leider nicht direkt, es wird so nicht unterstützt. Es geht aber indirekt und zwar es gibt Adapter von HDMI auf Displayport und die funktionieren auch so wie bisher. Konnte ich auch mein iPad praktisch über den HDMI-Displayport-Adapter an mein Displayport Apple Cinema Display anschließen. Das funktioniert auch weiterhin. Also vor dem Hintergrund ist das eine Lösung, die leider nicht direkt, aber über einen weiteren Adapter wunderbar funktioniert. Stichwort Bildschirme. Ich werde auch mal wieder angefragt und gefragt, ja mit diesem USB-C und dem neuen, dass man hier jetzt externe Bildschirme anschließen kann. Ist das denn so, dass das jetzt größer dargestellt wird? Leider nein. Das Verhalten ist wie bisher. Das heißt wie bisher ist so, es wird einfach hochskaliert. Das Ganze, also nicht hochskaliert, sondern wird einfach nur vergrößert. Sie haben keine höhere Auflösung auf einem externen Monitor und Sie können auch leider nicht spiegeln, bzw. Sie können nur spiegeln und Sie können nicht den Desktop erweitern, so wie Sie das eben in der Windows-Welt kennen, dass Sie dann wirklich zwei Bildschirme haben. Aber manchmal ist es doch ganz praktisch, wenn ich sage, ich habe ein bisschen größeren Monitor. Da haben Sie aber das gleiche Verhalten wie bisher. Kleiner Hinweis, wenn Sie vielleicht mit dem PDF-Expert im Präsentationsmodus präsentieren, testen Sie das bitte mal. Und zwar, ich habe auf meinem iPad Pro 12,9 Zoll dem neuen Modell im Moment das Verhalten, dass wenn ich in den Präsentationsmodus tippe und ich habe das Ding eben über einen Kabeladapter angeschlossen, dass es dann sehr stark vergrößert wird, dieses Chart und nicht vernünftig dargestellt wird. Also deswegen, wenn Sie meinem Tipp ja folgen, dass Sie sagen, mit PDF-Expert im Präsentationsmodus präsentieren, das auf alle Fälle das nächste Mal nochmal testen, bevor Sie es live nutzen. Sie wissen, ich bin sowieso so ein Testfreak, dass ich sage, wenn Sie irgendwelche Charts haben, irgendwelche Präsentationen, Sie sollten es vorher immer nochmal durchtesten. Und gerade da ist es mir vor kurzem aufgefallen, als ich dann diesen Präsentationsmodus anschaltete, dass der nicht sauber unterstützt wurde. Mit PowerPoint, mit Keynote, mit WPS Office habe ich bisher alles sauber in der Darstellung, also da gibt es keinerlei Probleme. Also vor dem Hintergrund gibt es ja wie immer nochmal gute Alternativen. Ja, wie gesagt, wenn Sie dort nach den Adaptern schauen, die Apple-Adapter habe ich noch nicht drauf, die kommen aber noch drauf und sonst haben Sie eben alle Kabel, alle Adapter und in der nächsten Woche werde ich nochmal etwas expliziter auf das Thema drahtlos präsentieren gehen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann melden Sie sich unter www.ipad4productivity.com mit der 4 geschrieben, sowie der Podcast zum Gratis-Hörerservice dieses Podcasts an. Dann bekommen Sie jede Woche immer eine Information über die wesentlichen Inhalte der neuen Episode und weitere Tipps und Tricks zur produktiven Nutzung des iPads. Ich freue mich auf Sie, bis nächste Woche, Ihr Thorsten Jeckel. Das war eine weitere Episode von iPad4 Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jeckel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.